Lare Matchups, fette XGs, lasst Spieltag 7 mal zeigen, wer hier die meisten Tore schießt. Let's start, go! Und damit bin ich Kessem, euer Liga Insider und ich bin ab morgen im Urlaub. Und wenn ihr mir einen richtig coolen Urlaub wünscht, dann haut hier gerne mal auf den Like-Button, auf den Abo-Button. Macht mal hier richtig Terz. Und damit gehen wir auch gleich in die Tipps, die Pyramide, die kommt heute Abend. Da auf jeden Fall heiß dranbleiben. Und die Spieler-Picks, seht es mir nach. Ich picke natürlich heute schon. Heute ist Dienstag, die Woche ist lang. Aber ich versuche mein Glück und hoffe, dass die Jungs alle sauber und fit bleiben. Und damit gehe ich rein in die Picks. So, dann gehen wir rein. Ich bin gespannt, was die alle hier getippt haben wieder, die kleine Rabauken. So, wir gehen mal rein. Ich sehe ein Signal im Signal Iduna Park. Und da starten wir Freitag rein. BVB gegen FC St. Pauli. BVB wird das Spiel machen, das ist klar. Das ist, glaube ich, jedem klar. Und im Team-Check, vielleicht erinnert ihr euch noch, da hatten wir ihn, den adaptiven Nuri. Der gegen schwächere Teams mal gerne die Dreierkette auspackt. Jetzt drehen die hier auf Viererkette. Dann kann ich das Ding ja gleich nochmal neu aufnehmen. Sabitzer, auch der könnte mal wieder reinrutschen. Den haben wir aktuell als Alternative. Gestern haben wir nochmal umgestellt. Die VA guckt da gerne mal rein. Und heute ist, wie gesagt, Dienstag. Da kann sich natürlich immer noch viel verändern. Aber, was sich nicht verändern wird, das ist, dass BVB zu Hause spielt. Dass die da eine absolute Heimmacht sind. Auswärts sind sie doch eher Trauer statt Power. So habe ich es hier. Denn gegen Union, bei Union, da ging nichts. Und auch in Stuttgart hast du die Bude voll bekommen. Aber euphorisiert sind sie. Heimkulisse und St. Pauli kommt. Ja, die haben schon hier überrascht. In Freiburg. Das weiß aber auch Nuri. Deswegen wird er seine Jungs ja entsprechend einstellen. Für Pauli, wenn sie das Spiel machen, dann wird es gefährlich. Ich habe gesagt, wann sollen sie das Spiel machen? Natürlich, wenn sie zurückliegen, dann müssen sie ja irgendwas machen. Und vielleicht machen sie dann ein bisschen auf. Und dann kann es brennen hinten. Die XGs sprechen hier auch eine klare Sprache. 2,77 zu 0,62 pro BVB. Und die sehe ich hier auch gewinnen am Freitag. Ich sage trotzdem, Pauli hält dagegen. Und das wird eine knappe Kiste. Deswegen, ich packe mich hier ein auf ein 2 zu 1. L-I-K-I, 3,1. Und Redaktion, 3 zu 0. Ja, das ist doch alles hier ganz klar Richtung BVB. Mein Play, das ist Julian Brandt. Der muss jetzt hier mal loslegen. Irgendwie mal mit 2, mit 3 Scorern. Okay, beim 2,1 wird es schwer. Da muss er jetzt hier einfach mal 2 Torbeteiligungen liefern. Weil so richtig angekommen ist der Junge für mich noch nicht. Aber, wie gesagt, ich glaube an ihn. Die Form glaubt auch an ihn. Die ist nämlich richtig gut. Und das Matchup, das ist... Ja, Pauli lässt da gar nicht so viel zu gegen offensives Mittelfeld. Von daher ist das hier auf jeden Fall. Believe an Jule und mach es. Und hol mal hier die Punkte in die Manager Games. Und damit gehen wir weiter in die Konferenz. Und was ist das bitte, frage ich euch alle, für ein heftiger Banger hier am 7. Spieltag. Da muss man eigentlich die Konferenz ausstellen und das Einzelspielen machen. Weil anders geht das hier nicht. Bayer Leverkusen empfängt Frankfurt. Und ich glaube, die Frankfurter, die sind so euphorisiert wie noch nie. In der Datengold-Folge, die packe ich euch am Ende nochmal rein. Da hatten wir das Spiel auch analysiert. Da hatte ich euch 3 Stats genannt. Und die Daten sagen, das geht hier pro Leverkusen aus. Frankfurt ist aber komplett im Flow. Breite Brust und Last-Minute-Punkt haben sie sich gesaved gegen die Bayern. Aber das war auch vor einer Woche. Deswegen müssen die natürlich die Spannung hochhalten. Denn ja, jetzt kommt hier, sie müssen zum Meister. Und das wird entsprechend heftig. Während der zwei Wochen muss Xabi aber seine Jungs auch nochmal ein bisschen neu einstellen. Weil die aktuell eher wackeln. Viele Gegentore, auch gegen Kiel gab es zwei. Und das ist vielleicht das Spiel der Saison für alle Leverkusener. Die müssen jetzt, die haben Druck. XG, klar, pro Werkself. Genau ein Tor besser. Und genau das nehme ich nämlich hier auch. Ich nehme hier Xabi Alonso und seine Werkself. Ich nehme das 3 zu 2. Ich glaube, das wird hier ein richtiges Spektakel. Tor auf beiden Seiten. L-I-K-I. 2 zu 1. Guter Tipp. Und Redaktion. Ui, die gehen auf Frankfurt. Oh, das ist gut. Das ist... Ah, das wird so geil. Ich habe so Bock auf das Spiel, ne? So. Mein Play. Das kommt auch von Leverkusen. Wenn ich hier schon auf die gehe, muss ich hier einen nehmen. Die Form ist gut. Zweite Bälle gegen Frankfurt. Habt ihr euch die mal angeguckt da? Was die Bayern da gemacht haben? Die Verteidiger. Deswegen passt das Matchup für mich. Ich call hier ein Eckentor von dem Tabso-Boss Big Eddie. So. Und damit gehen wir weiter zu TSG gegen Bochum. TSG schraubt die XGs fast auf zwei. Das finde ich schon spektakulär hier. Schnittstellenpässe. Die funktionieren gut. Und da lässt Bochum auch was zu. Das wissen hier auch schon einige von euch. Und es hat ein Jahr gebraucht. Aber Marius Bülter ist angekommen. Wurde etabliert durch Kramaric. Und auch der junge Logek nimmt immer mehr seinen Platz ein. Bochum wirkt überfordert mit der Saison. Es ist Zeit für Zeitler. Aber vielleicht läuft seine Zeit auch gerade eher ab. Das ist mein Gefühl. Wo ist hier der Stöger? Wo ist der Asano-Ersatz, der einfach auch mal aus dem Nichts einen Doppelpack schnürt? Die sehe ich hier nicht. In Bochum fehlt mir einfach der Überraschungsmoment. Und das ist so, dass die mal zum Beispiel letzte Saison konnten die einfach mal die Bayern schlagen. Aber davon sind sie aktuell ganz weit entfernt. Und wenn ich euch jetzt auch noch die nächsten Gegner der Bochumer nenne, dann macht ihr hier wahrscheinlich eh die Kiste zu. Bayern, Frankfurt, Leverkusen. Groß Mahlzeit. Also ich gehe nochmal zurück zum Überraschungsmoment. Den gab es nämlich von Materazzo in Stuttgart. Damit habe ich nicht gerechnet. Der verlängert damit auch sein Intermezzo bei der TSG und schießt Bochum aus der Arena. Das sage ich hier. Peter ist nämlich kein Fuchs. Sonst wäre er auch wahrscheinlich Peter Fuchs. Sorry, der musste jetzt auch nochmal sein. Ich nehme hier Hoffenheim, Big. Ich glaube, die schießen hier richtig raus. 4-1 und Zeitler packt den Koffer. L-I-K-I 2-1. Und die Redaktion 2-0. Ob er wirklich den Koffer packt und dann der neue Trainer diese Gegner bekommt, das sei auch mal dahingestellt. Ich packe meinen Koffer und ich nehme mit Marius Bülter. Ihr braucht alle keine Angst haben vor diesem Spieltag. Marius Bülter ist hier der Mann. Der hat die Bewegung, die Form ist gut. Das Matchup passt auch. Bochum lässt unfassbar viel zu. Tore in Großchance. Eines der schwächsten Teams. Und Bülter findet wieder zu seinem Scoring. Letzten drei Spiele drei Tore. Von daher Marius Bülter hier mein Play. So, und damit gehen wir weiter. Freiburg gegen Augsburg. Vielleicht das perfekte Spiel für alle Freiburger. Die sind voll im Flow. Das macht richtig Spaß, den zuzugucken. Die schaffen es sogar aus so einem schweren Bremen-Spiel einfach mal drei Punkte zu entführen. Richtig geil gemacht. Und ich habe auch das Gefühl, der ganze Breisgau, der blüht richtig auf. Die Flügelzange, das ist vielleicht die beste, eine der besten Liga weit. Und so cool ich Giannullis finde, so ehrlich müssen wir ja sein. Mit Kevin Schlotterbeck fehlt der absolute Boss. Im Augsburg-Game. Von daher ist das für mich die absolute Schwächung. Für mich sind sie jetzt schon Drawing Dad, so sagt man. Und auch gegen Gladbach, da war er nämlich auch der stärkste Mann. Ich gucke mir hier die XGs an. Ja, die liegen bei 0,99 für Augsburg. Ich weiß aber gar nicht, wer hier die Tore schießen soll. Deswegen muss ich die auch leider abrunden. Und ich sehe Schußer mit einem klaren Gameplan. Ich sehe bei Augsburg auch die letzten Auswärtsspiele. 0,4 in Heidenheim. 0,4 in Augsburg. Was ich dann tippe, ist glaube ich selbst erklärend. Genau den nehme ich hier, unabhängig davon. Ich nehme mir das 4 zu 0 für SC Freiburg. L-I-K-I 2-1. Und die Redaktion, die geht auch auf Freiburg mit einem 1 zu 0. Aber die beiden sehen das eher knapper. Die haben aber auch beide keinen Plan. So, mein Gamechanger, das ist Junior Adamo. Ist für mich eine richtig heiße Aktie gegen Bochum schon mit einem Doppelpack dabei. Und dann kann er auch gegen Augsburg ein cooles G-Play werden. Auch in vielen Challenges wird der gefragt sein. Ja, Adamo, cooles Matchup. FCA, auswärts schwächstes Team. Von daher Adamo, mein Play. FSV, Mainz 05 gegen RB Leipzig. Mainz gegen RB. Ja, da fällt jetzt mit David Raum bei auf RB Seite. Einer der besten Jungs aus. Auch der Henrichs, der wackelt für dieses Spiel. Klostermann, ja, der war ja schon der Backup in Heidenheim. Ja, also hat mir jetzt nicht mega gut gefallen. Ist da auch von der Beweglichkeit nochmal ein anderer Spieler. Gertruida und Biciabo. Die sind die nächsten Backups. Und auch einer von denen könnte spielen am Wochenende. Für mich ist es, aufpassen, das Trap-Game des Wochenendes. Absolut. Mainz mit Amiri ist nochmal eine ganz andere Dynamik und eine ganz andere Passgefahr. Aus dem Zentrum, die will ich hier auch sehen. Ich will sehen, dass sie unausrechenbar sind. Genauso wie das Kopfballtor von Burkhardt, was ich auch gespottet habe am Millern-Tor. So, und nach Mainz fährt nämlich auch der neue RB Global Head of Soccer, Jürgen Klopp. Aber auch der kann seine Leipziger nicht retten. Für mich die Gamechanger, das sind die Außenbahnen von Mainz. Gerade bei der neu formierten Außenkette der Leipziger. Besonders Leon Sieb habe ich hier auch im Blick. Gerade für so die Zwischenräume. Und dann, worauf lege ich meinen meisten Wert? Auf den Standard. Ich glaube, der wird richtig heiß. Den kann nämlich Leipzig gar nicht so gut verteidigen. Und hier kippt das Ding für mich pro Mainz. Wen habe ich da im Blick? Den Standard schützen. Zu dem kommen wir gleich. Erstmal mein Tipp. 1 zu 0. Ich sage, kleines Torchen. Und dann machen die hinten dicht mit Moritz und Co. L-I-K-I. 1 zu 2. Natürlich geht die hier auf den Leipziger. Und Redaktion sogar 1 zu 3 pro Leipzig. Ja, ja. Die etch ich hier beide. So, wir gehen mal zum Standardschützen. Der Mainzer ist ein gutes Matchup für ihn. Die Form ist top. Der kommt einfach aus der Sperre zurück. Als wenn es gar nichts gewesen wäre. Und der ist super hot einfach. Zwei Assists geliefert gegen Pauly. Die Rede ist natürlich von Nadiem Amiri. Er ist für mich der Mann. Er ist mein Play hier fürs Spiel. Und der hat auch einen guten Fernschuss im Schuh. Zieh mal ein Ab, Junge. So, und damit gehen wir weiter. Gladbach gegen Heidenheim. Besondere Wochen für Tim Kleindienst. Schade, dass das mit dem Tor nicht geklappt hat. Da war, glaube ich, einfach nur die Schulter noch im Abseits. Beim Spiel gegen Bosnien. Und erst wird er hier zum Nationalspieler. Und jetzt spielt er bei dem Klub. Oder gegen den Klub vielmehr. Bei dem er seinen Durchbruch geschafft hat. Und deswegen sehr spezielle Wochen für ihn. Nein, Heidenheim ist super in der Saison unterwegs. Ohne Dingji, ohne Beste und ohne eben jenen Tim. Aber die machen das richtig gut. Für Gladbach könnte das jetzt ein richtiges Breakout-Game werden. Einmal, wo die sich jetzt so richtig entfalten. Und wo sie jetzt so richtig in der Saison auch explodieren können. Und das sage ich, das schaffen sie. Heidenheim ist ganz eklig zu bespielen. Ähnlich wie Union Berlin. Die stehen nämlich hinten richtig gut. Und sind vorne auch clever. Aber ich sage, das klappt hier für Gladbach. Und ich sage, die machen hier früh einen Treffer. 1 zu 0. Und die XGs, ja, die runde ich gerne mal auf von 1,6. Nämlich auf die 2. Ich sage, die schießen dann irgendwann noch 1. Und dann steht es hier 2 zu 0. Das ist auch mein Tipp. L-I-K-E. Tick knapper. 2 zu 1. Und Redaktion geht hier auch mit einem 2 zu 1. Also alle hier mit Gladbach unterwegs. Die Stöger-Wochen brechen an für mich. Gut einpacken den Mann. Ich predikte hier mal mindestens einen Scorer von ihm. Die Form ist gut. Matchup ist auch gut. Und im Blick habe ich die Torschussvorlagen. Die verteidigt Heidenheim Mittelgut. Und wer ist da der Mann? Der absolute Zauberspieler. Die meisten angebracht in der Bundesliga. 4 pro Spiel. Das ist Kevin Stöger. So. Und dann, ehe wir zum Topspiel kommen. Der Zwischenstand. Das mache ich aber hier ganz kurz. Wir haben alle nicht gut getippt an Spieltag 6. So ehrlich müssen wir hier alle sein. Redaktion hat das gut gemacht mit einem Wolfsburg-Tipp. Deswegen haben sie auch den Spieltag geholt. Ein Punkt vor mir. Aber in der Gesamtwertung, da lache ich immer noch von oben. Deswegen die Redaktion verkürzt aber auf zwei Punkte. Und die LIKI. Da ist irgendeine Schraube locker. Aber mal gucken, ob die noch zu sich findet. Sehr abgeschlagen auf dem letzten Platz. Topspiel 18.30 Uhr. Samstag. Da müsst ihr euch gut anschnallen. Da müsst ihr vielleicht auch wieder was vorbestellen. So. FC Bayern gegen VfB Stuttgart. Das ist ja, das klingt ja erstmal nach einem Topspiel. Für mich ist es kein Topspiel. Ich habe mir das Spiel letzte Saison schon angeguckt. Über 90 Minuten. Ich erinnere da. Auch ein Stuttgart, der in Form kam. Vielleicht sogar noch besser war als diese Saison. Aber der FC Bayern. Die haben die so kontrolliert. Das war einfach eine Machtdemonstration. Und Stuttgart kam einfach gar nicht durch. Ähnliche Vorzeichen sehe ich jetzt in der Allianz Arena. Und sie müssen aber die Leute fit bekommen. Das ist wichtig. Gestern, morgen habe ich noch gelesen, Trainingsauftakt ohne Jamal Musiala und Ypamecano ist auch erst im Individualtraining. Die müssen natürlich fit bekommen. Aber FC Bayern ist so loaded. Die werden da schon eine geile Mannschaft stellen. Und dann werden sie, liebe VfB-Fans, habt ihr Verständnis, werden sie die zerreißen. Ich hoffe trotzdem auf ein enges Spiel. Aber ich glaube, dass Bayern jetzt auch nach den Ergebnissen, die jetzt nicht so erfolgreich waren, gerade die letzten drei habe ich da am Blick, dass sie sich da nochmal richtig entfesselt losballern. Und ich gehe hier mit einem 3 zu 1. Kann mir das sogar fast noch höher vorstellen. L-I-K-I sagt 2 zu 1. Und, also L-I-K-I tippt ja 6 von 7 Spielen 2 zu 1. Also das ist ja hier wirklich eine arme Wurst. So, und was haben wir hier noch? Und Redaktion ist mit mir 3 zu 1. Das sieht doch nice aus. So, mein Spieler. Ich gehe hier mit einem Shootingstar. Der ist wieder fit. Ja, die Bundesliga will ihn. Die Bundesliga bekommt ihn. Und das ist Alex Pavlovich. Die Form ist unfassbar. Matchup. Ich habe hier mal den Pfeil nach oben gedrückt. Weil er auch einfach mal so ein Ding aus der dritten Reihe dagegen Leverkusen abfeuert. Das war auch gegen Top Team. Und ich will auch wieder Top Team Prime Pavlo sehen gegen Stuggi. Auf Sonntag geht es mit Kiel gegen Union. Da sage ich euch vorab, das ist für mich Gruselparty Featuring. Ich fühle hier gar nichts. Ja, Kiel ist zu schwach in der Offensive. Kiel ist zu schwach in der Defensive. Die haben jetzt, okay, alle Kiel-Fans den Punkt der Saison geholt. Den gab es in Leverkusen. Auch da herzlichen Glückwunsch. Haben sie geil gemacht. Union ist clever. Union ist zu Hause eine richtige Festung. Aber auswärts, da klappt es noch nicht so gut. Zwei Unentschieden da bisher. Ich glaube hier mal ans Dritte. Ich sage trotzdem, dass Kiel hinten die Bude dicht macht. Und dann bleibt es da beim 0 zu 0. LIKI 1 zu 1. Und Redaktion geht auf Union. Das ist hier ein sehr guter Tipp. Würde ich auch tendenziell eher gehen tatsächlich als auf Kiel. So, mein Pick fürs Spiel. Das ist Frederik Grönow. Auf der Nazio. Nur die Bank gedrückt bei Dänemark. In Kiel. Da wird er zum Held. Das sage ich. Und er ist auch Däne. Und Kiel liegt auch im Norden. Für ihn fast ein Heimspiel. Deswegen sage ich mal hier. Tag vor Kampen. Und halt die Bude sauber. Mean Van. So, letztes Game. Und wir gehen rein. Viele werden hier auf Wölfe gehen. VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen. Damit machen wir den Spieltag zu. Werder mit einer bitteren Niederlage im Gepäck gegen die Freiburger. Da waren sie gar nicht so viel schlechter. Also da habe ich sie auch richtig gut gesehen. Da hätte ich ihnen auch safe einen Punkt gegönnt. Aber den holen sie Minimum in Wolfsburg. Das ist hier so meine Prediction. Mein Gefühl. Bei Wolfsburg läuft es richtig gut. Das heißt, Werder muss sich hier nochmal richtig resetten. Die müssen hier richtig nochmal den Fokus nochmal neu shiften während der Länderspielpause. Und dann gehen sie mit Vollgas rein gegen VW. Schwachstelle sehe ich bei VW. Bavro. Jaja, der ist noch nicht Bulletproof. Der hat ein okay gutes Spiel gemacht gegen Bochum. Und ja, den könnte man schon vielleicht mal testen. Auf jeden Fall über die Werderaner linke Seite. Da habe ich sie im Blick. Derrick Köhne in der Kombination natürlich mit Romano Schmid. Die schauen wir uns gleich nochmal an. Ich sage, VfL gewinnt nicht. Es ist aber im Flow. Deswegen der Flow könnte vielleicht reichen für einen Unentschieden. Ich glaube hier an einen starken Auftritt der Bremer Sonntagabend. Das passt. Das haben wir gesehen in Hoffenheim. Frag mal nach. VfL gegen SV Werder Bremen. Ich gehe hier mit dem 1 zu 1. So trenne ich das Ding hier. L-I-K-I. Ich habe es erwartet. 2 zu 1. Und die Redaktion 2 zu 0. Die gehen hier wirklich gegen ihre Bremer. Hochmut kommt vor dem Verrat. So. Und dann habe ich sie schon gecallt. Die linke Seite. Da haben wir Romano Schmid gerade drin. Topspiel. Der war auch bei der Nazio. Der ist heiß. Der ist beflügelt. Topspiel gemacht. In Hoffenheim. Da hat er mir sehr gut gefallen. Gegen Freiburg. Eher blass. Aber der holt sich jetzt seine Formpunkte zurück. Und wie gesagt. Gegen rechts. Wir haben schon. Ich mache es mal nicht als Schwachstelle aus. Aber ich sage mal so. Es ist eine Gefahrenposition für die Wolfsburger. Und deswegen sage ich mal hier Schmid for the Remy. Yes, Sir. Und damit waren das die Tipps. Ich hoffe, ich habe alle Spiele richtig getippt. Und ich gehe jetzt in den Schnitt mit Guido. Und zwar bastle ich jetzt die Pyramide zusammen. Und dann hatten wir, wenn ihr zum Spieltag noch ein paar heiße Stats sehen wollt, blende ich euch ein Video ein. Das ist Datengold Format von letzten Freitag. Und damit bin ich raus. Wir sehen uns später. Tschüss.